Go Snow Go Snow Ja bitte Guten Tag Ich heiße Lara Müller Setzen Sie sich bitte Frau Müller Wie geht es Ihnen? Danke gut und Ihnen Auch gut Dankeschön Das ist meine Assistentin Frau Schneider Hallo Freut mich Sie kennen Sie? Mir auch Also, bevor wir zu Ihrem Lebenslauf kommen würde mich interessieren, warum bewerben Sie sich gerade bei unserem Betrieb? Nun, ich habe schon viel Positives über Ihren Betrieb gehört und außerdem soll die Zusammenarbeit Ihre Mitarbeiter gut sein diese Punkte haben meine Interesse an Ihrem Betrieb gehört Ich hatte auch eine Frage an Frau Müller Haben Sie sich schon vorher über unseren Betrieb informiert? Ja, ich habe mich bereits über das Internet informiert und es hat mich sehr angesprochen Was machen Sie in Ihrer Freizeit außer der Schule? Ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden Außerdem mache ich viel Sport und lese sehr viel Frau Müller, können Sie uns vielleicht etwas über Ihre Stärken erzählen? Ach so Nun ja, meine Stärken liegen Mathematik und Hämme und aus diesem Grund habe ich mich und der Städter der Läubleinten beworben Okay, Frau Müller, danke schön Wir werden uns in zwei Wochen bei Ihnen melden Ich danke Ihnen auch Tschüss, wünsche Ihnen Tschüss machen Tschüss 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 zulüg Tschüss Bis zum nächsten Mal.